Was ist die Botschafter? Ich wurde Botschafter, weil es eigentlich auf der Hand liegt. Wir machen seit Generationen der ÖV in der Region Bad Ragaz und im Terminental. Das liegt uns sehr am Herzen. Insbesondere das Terminental und die neue Brücke. Da drängt es sich fast auf, dass ich für diese Botschafter bin. Was ist die Botschafter? Es hat eine hohe Identifikation in der Schweiz. Das Postauto hat einen guten Werbesloggen. Der heisst Postauto die gelbe Klasse. Ich glaube, dass es so trifft. Ich habe kein eigentliches beste Postautoerlebnis. Es sind viele Erlebnisse. Ich habe als Kind angefangen, mit dem wir nicht mitfahren dürfen. Mit meinem Vater, mit den Chauffeuren. Du als Kind natürlich auch überall etwas bekommen hast. Anschliessend als Erwachsener sind es die vielen Erlebnisse mit den Fahrgästen. Und die vielen Kontakte, die man hat, als wenn man so einen Betrieb hat, der in der Öffentlichkeit arbeitet.